Schauen wir uns mal direkt einen weiteren Auftrag an und zwar No Sweat Summer haben wir abgeschlossen, Videos sind dazu alle online, oben rechts bei mir mal vorbeischauen. The Block Wiederaufbau, dazu mache ich jetzt kein Video, weil da müsst ihr nur Gegner killen, wirklich einfach, easy, aber Stimme mit Bahn für Projekte bei The Block ab. Das werde ich jetzt mal für euch hochladen als Video, ich werde euch jetzt zeigen wie das Ganze geht, weil das ist schon, wer es nicht kapiert, minimal ein bisschen schwieriger. Überlebe Sturmphasen auch relativ einfach, wenn ein Sturm sich schließt, zählt es als 1 von 5 und immer so weiter. Wir werden jetzt mal dort landen und schauen, wo sich die Tafel dort befindet. Ich bin mal gespannt, wo sich bei Tilted dieses Baren Abstimmungsschild befindet. Ganz wichtig für diese Aufgabe, ihr braucht sehr, sehr viele Baren, denn es ist eine Phasenaufgabe. Wir sehen hier, für die erste Phase 900 Baren, dann ist erst die Aufgabe abgeschlossen. Ich habe keine 900, ich werde euch aber jetzt nur zeigen, wo sich dieses Schild hier befindet. So, wir landen mal hier bei Tilted, ja genau, da sehen wir es auch schon direkt, direkt hier wo alle landen, ich lande da ganz bestimmt jetzt nicht, weil ansonsten werde ich abgeknallt. Haben wir hier irgendwie eine Waffe oder so? Ja, da vorne haben wir eine, perfekt. Da müssen wir hingehen und dann einfach abstimmen. Wenn wir die 900 Baren abgestimmt haben, geht es direkt auch schon zu Phase 2 und es wird halt immer mehr werden. Oh, der hat auch keine Waffe. Der hat auch keine Waffe. Das ist mein Bestes Aim der Welt. Bestes Aim der Welt. Es geht halt immer so weiter. Wenn ihr 900 fertig habt, steht dann da Phase 2 von 5, dann steht da halt 1200 und es geht halt immer, immer, immer höher. Die Aufgabe wird ein bisschen nervig, muss ich sagen. Die wird echt ein bisschen nervig. So, ist da noch irgendjemand? Oh ja, da ist noch wer. Da warten wir noch ganz kurz ab, bis da leer ist und dann gehen wir auch da schon ganz entspannt hin. Hauen unsere 93 ehrenhafte Baren rein. Oha, was hat denn der für eine OP-Taktik gemacht? So, kurz rein. Guten Morgen. So, kurz eliminiert. Ey. So, Tür kurz hier schließen, ganz genau hier auf der Karte markiert. Hier einmal hingehen und dann sucht ihr euch einen Ort aus. Einfach einen, oha, okay, okay. Einfach ein Gebäude aussuchen, wofür ihr abstimmen wollt. Ballert da eure Bahn rein und dann habt ihr auch schon die Aufgabe abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, gerne, gerne CC im Shop benutzen. Kuss geht auf jeden Fall raus.